Für unseren deutschen Vertreter hier, für Justus Ringel im roten Dress des SC Potsdam, die 51.80. Das ist die Zeit, die er hier angreifen muss. Es ist ein hervorragendes Feld um ihn rum, wenn er sich an diesen Jungs dran hält. Gerade insbesondere an Ramsey Angela am Niederländer und an Alex Nips hier schon ran zieht. Das macht er super. Alles auf Angriff. Schaut euch das an, die ersten 200. Klasse gemacht von Justus. Jetzt weiter dranbleiben. Die Schrittlänge, das sieht gut aus. Jetzt wird's hart. Jetzt braucht er Mannheim. Jetzt braucht er eure Unterstützung. Justus Ringel vom SC Potsdam. Jetzt kommt Ramsey. Außen Nips. Der Britte vorneweg. Ramsey und Nips im Ziel. 50-59. Es war schnell, aber hat das gereicht? Es war sehr wichtig. Und Sch Tiffany. Es war sehr wichtig.